Bin ich jetzt in Notruf Hamburg gebannt, oder was? Ich hab doch nur die Polizei getrollt! Bin ich jetzt hier gebannt in Notruf Hamburg? Hey Freunde, was geht ab? Heute spielen wir in Notruf Hamburg und wir müssen heute die Polizei provozieren. Dazu hab ich mir ne Sniper geholt und nen Metall-Baseball-Schläger. Und ich hab schon zwei Sterne. Wir fangen hier mal direkt an bei der Notruf Hamburg-Bank. Aber da sehen wir gar nichts. Lass uns mal einen Polizisten suchen. Vielleicht ist das ja einer. Ja, die provozieren wir den jetzt einfach. Oder auch nicht. Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Wir haben hier einen Kriminellen. Ich glaub, der will sich an uns anfreunden. Aber wir sind heute auf Provokation ausgelegt. Ah, ist ein Polizist. Ah, der ist schon tot. Ah, ist ein Polizist! Nebengeschossen. Aber er steckt aus. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Komm, steig aus. Wenn du nicht aussteigen willst, dann hau ich dir jetzt eine rein. Er sagt Team! Team! Nein, nix Team! Eine reingehauen hab ich dir. Shit! Team! Nein, 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 nix Team! Borupter Polizist. Oh, ich hab den beinahe gehabt. Aufknallen. Wir provozieren heute die Polizei. Das machen wir. Nix mit Team hier. Nix mit Team! Den kill ich jetzt. Heute ist das Ziel, Polizisten provozieren. Ja, what up? Wohin will er denn hinfahren? Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Hin, hin, hin und? Nochmal gehüttet und er ist tot! Let's go! Let's go! Polizist gekillt. Okay, er hier ist tot und der andere Polizist war doch auch schon tot, oder? Hä? Was geht hier ab? Oh, ich hör wieder... Oh, nee, das ist ein Krankenwagen. Freunde, ich glaub, ich muss auf den Server mit mehr Polizei. Okay, was geht hier ab? Mein Auto steht da hinten. Wir haben 14 Polizisten. Ja, so lobe ich mir das. Wollen wir da drinnen einen, der Polizist wird? Alter, hier sind aber ganz viele Leute, die Polizisten werden wollen. Die wollen alle Polizisten werden. Eins. Nein, er will mich kaufwaschen. Und? Zwei. Und rennen. Wir laufen. Ey, wie konnte er mich kaufwaschen von so weit weg? Was ist das? Ich bin aus dem Gefängnis wieder raus. Freunde, ich bin hier jetzt neu auf dem Server. So, dann wollen wir den Polizisten hier mal kloppen. Oder ist gar keiner drin? Gucken wir mal, wir haben 13 Polizisten, haben wir aber. Du willst doch Polizist werden. Jetzt. Nein, daneben. Hit it. Hit it. Und noch einmal. Einmal. Dann rennen halt weg. Hä, warum hab ich da neben geschossen? Gut. Schon wieder daneben? Geht nicht. Schon Platz gewinnen. Und? Hit. Gut. Freunde, wir kennen hier die Polizisten. Unser Ziel ist heute Polizisten provozieren. Das schaffen wir eigentlich auch ganz gut. Ist ja da hinten gerade mit Blaulicht angefangen gekommen. Ja. Wir werden den anderen da festnehmen. Jetzt kann ich den nicht abknallen, weil da jemand vorsteht. Hä? Okay. Geht's ab. Oh, hier haben wir noch einen Polizisten. Und? Nein, daneben, 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 daneben. Und? Hit it. Warum funktioniert das nicht? Aber dieses Kaff waschen funktioniert. Oh mein Gott. Ich provoziere mich hier einfach selber, Freunde. Ich provoziere die Polizei nicht. Ich provoziere mich selber. Das ist der Trick. Oh, nice. Hier sind Polizisten. Einer ist hier tot. Eins. Und? Zwei. Er ist tot. Dann nicht. Hinten ist auch nochmal Polizei. Er ist schon tot. Und? Ich hab ihn doch irgendwie gehört. Irgendjemand leckt hier. Irgendjemand leckt hier. Ach, da ist der. Warum kann ich den nicht abknallen? Hä? Okay. Wir müssen Sniper rausholen. Hit. Warum hitte ich den nicht? Ich schieße doch drauf. Wer leckt hier so? Hinten ist er. Warum wird er nicht gehütet? Was ist da los? Was geht da ab? Also irgendwas ist da ganz verkehrt. Sag ich euch so, wie es ist. Irgendwas ist da ganz verkehrt. Oh, ich glaub ich lecke so hart. Warte mal. Ich hole das Handy raus. Oh, das ruckelt aber echt. Okay. Da vielleicht lecke ich gerade. Ich merke auch, die Map lädt ganz langsam. Okay. Wir fahren weiter. Jetzt will ich die Polizei provozieren. Aber da lege ich. Aber ich habe schon ein paar Polizisten trotzdem umgebracht. Das ist gar nicht schlecht. Ich will doch gar nicht zum Dealer. Warum fahre ich zum Dealer? Ich will zum Krankenhaus. Oder zu einer Tankstelle. Let's go. Wir haben 14 Polizisten. Da haben wir gut. Okay. Ich habe zwei Sterne. Und ich kann auch nochmal zum ADAC. Obwohl mein Auto ist eigentlich noch heile genug. Brauche ich nicht hin. Das ist mein Leben, was so ein bisschen am Ende ist. Dann lassen wir es hier mal rein. Vorne ist die Kamera. Die ist jetzt schon mal kaputt. Die ist kaputt. Wir legen uns hier hin. Haben wir einen Nachbar? Nö, haben wir nicht. Wir haben kein Zimmernachbar. Ich finde gut, dass das jetzt hier schnell geht mit dem Wiederbeleben. Dann hat man jetzt mal auch einen Grund, hierher zu kommen. Klebt wieder. Oh, Junge. Wie leckig. Okay, aber wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen. Wir müssen die Polizei trollen. Okay, wir haben einen roten Bugatti. Will er mir hinterher fahren? Wir werden es austesten. Wir werden einmal unnötig im Kreis fahren. Dann werden wir das sehen. Okay, er wollte mir nicht hinterher fahren. Es sah erst so ein bisschen so aus. Komm, wir müssen wieder ab in die Ortschaft. Hier kann man auf jeden Fall schlecht flüchten. Und da ist ein Polizist. Warum habe ich nicht nachgeladen? Es leckt. Guck mal, wie da hinten die Map einfach nicht geladen ist. Man weiß es nicht. Aber da ist auf jeden Fall was los. Lass uns da doch hinfahren. Vielleicht wird er ja Polizist. Eins. Zwei. Hä, warum nicht? Warum sind hier so viele Polizisten auf einmal? Nein! Warum sind hier auf einmal so viele Polizisten? Okay, den habe ich schon mal umgehauen. Okay, er läuft vernünftig. Er läuft vernünftig. Einmal um die Ecke. Halter. Hinten ist er. Hit. Auch mal Hit. Wo bist du? Ist er umgefallen? Er ist umgefallen. Da hinten ist er. Tot. Nein, ich knall ihn ab. Okay, wir haben hier einen Polizisten. Let's go. Ab auf Verfolgungsjagd. Komm, 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 komm. Let's go. Komm, wir steigen aus und wollen ihn abknallen. Oh, wir knallen dich ab. Hä, wurde ich gebannt oder was? Bin ich jetzt in Notruf Hamburg gebannt oder was? Hä, ich habe doch nur die Polizei getrollt. Bin ich jetzt hier gebannt in Notruf Hamburg? Oh mein Gott, warte mal. Wir müssen mal ihn verlassen. Alter. Was? Bin ich von... Nee, ich bin nicht gebannt. Verbindungsfehler. Sorry, es gab ein Problem mit der Verbindung zu den Servern. Bitte versuche es an... Ach so, ich dachte schon, ich bin jetzt gebannt von Notruf Hamburg und von Roblox. Aber es waren nur Internetprobleme. Okay, alles gut, Freunde. Ey, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal und schaut euch gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.